Hallihallo und herzlich willkommen hier in Schnubbies Playground zu einer neuen Folge von Angezockt. Und zwar handelt es sich diesmal um das Spiel War Thunder. Und zuerst dürfen wir uns hier mal aussuchen, wen wir denn spielen. Die Amis, die Deutschen, die Sowjetunion, die Engländer, beziehungsweise das Vereinigte Königreich eben oder die Japaner. Ich wollte gerade was anderes sagen. Ich nehme mal die Amis. Möchten sie das Teuel absolvieren? Ja, möchte ich bitte. Danke. Denn ich habe hier bis auf das zu installieren noch nichts gemacht. Lernen sie wesentliche Kampfsteuer und Jägern kennen. Geil no. Ziehen sie überhaupt mal auf die Triebwerke, ohne kommen sie nicht weit. Das macht Sinn. Ja, danke. Also ich habe mir ja schon einen Trailer angeguckt davon bei Steam eben. Also das Spiel ist halt Free-to-Play bei Steam. Harry will learn the basics of aerial combat. Und ja, noch. Ja, soweit ich das gesehen habe, kann man hier Flugzeuge fliegen und Panzer steuern und was weiß ich nicht alles. Ah, weiter zum Wegpunkt. Ja, da bin ich doch dabei. Na, Gas, 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 Gas. Jetzt dreht er hier aber ab. Jetzt geht's hier los. Auf 30%. Ja, ich sehe es ja. Ich sehe es. Och, komm schon. Ach, lass mich in Ruhe. Boah, hör auf zu labern. Also Tutorial schön und gut, aber mir extra in drei Sätzen zu erklären, dass ich schneller werde, wenn ich Gas gebe, etwas sinnlos ist. Upsala. Ja, dann drücken wir jetzt mal auf die Feuertaste. Die Karte hätte ich hier drückt lassen sollen. Na, komm. Wie der steuert. Auf einmal geht's so fix. Eben... Eben ist da gar nichts passiert. Ruf, 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 ruf. Die Reichweite ist auf jeden Fall schon mal angenommen. Juhu. Juhu. Gas, 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 Gas. Ben, 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 ben. Taki datt out. Restaurantностью deals Only will often encounter enemy ground equipment. Ground vehicle counter will often appear during missions. Beef shows the number of enemy vehicles you need to destroy to win. Zoom in to see your target. Return to the original view. Your machine guns and cannons are perfect for hitting light ... Geilo. Okay, das Tutorial hätte ich mir auch sparen können, ehrlich gesagt. Aber egal. Passt schon. Dann steige ich halt jetzt komplett ins Spiel ein und... ...hoffentlich sehen wir da auch ein bisschen mehr. Ja, Auftrag ausgefüllt. Einfacher Tutorial. Kurs Jäger. Cool, danke. Reserve, Reserve, Crew rekrutieren, Luftwaffe... ...ja, hier, die Funktion ist noch nicht verfügbar. Heer und Flotte, also Wasserschlachten gibt es dann später auch noch. Kann man sich eigentlich ganz gut freischalten dann. Ich guck mal einfach. Arkad-Schlachten, ja, historische Schlachten. Ach, es war auf Sitzung. Spiegelbeitritt. Na, das wird auch hoffentlich jetzt spaßig. Hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, aber dieses Spiel gibt es halt kostenlos, ähm, also Free-to-Play bei Steam. Sprachausgabe ist ein bisschen sehr leise, aber das kann man sich an den Optionen noch irgendwo umstellen. Habe ich nur ehrlich gesagt, da ist nicht so drauf geachtet. Lustigerweise teilweise auf Englisch, teilweise auf Deutsch, obwohl das wirklich original von Steam ist. Aber egal. In die Schlacht, ich... Keine Lust hier auf großartige Statistiken. Ich will einfach nur kämpfen. Kämpfen, 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 kämpfen! Wow, das sind viele Pernippels. Destroy the Enemy Ground Vehicles. 49 Stück haben wir noch. Asherow hat die Schlacht verlassen. Ja, hat er dann halt. Wow, da kommen auch schon die Gegner an. Ja, es, äh, wie man sieht, MMO-technisch, also nicht nur, ähm, Ground-Ziele, die man hat, sondern eben auch noch drauf achten, dass die gegnerischen Spieler hier mit abgefertigt werden, abgefrühstückt werden. Na, komm hier, komm zu Papa. Hallo, der ist doch tot, oder nicht? The target is too far away. Das ist direkt vor mir! Ah! Sie verlassen ihr Flugzeug innen gar nicht. Ah, Mann, nein, nein, da! Na! War der plötzlich nicht mehr, äh, da verfügbar, oder hier, keine Ahnung, nicht mehr anwählbar? War nur noch Schrott in der Luft, was ist denn das? Ja, ich habe aber Gott sei Dank drei Flugzeuge. Ähm. Okay, wir liegen auf jeden Fall hinten, das heißt, wir sollten uns jetzt mal darauf konzentrieren, vielleicht auch ein paar von denen zu erledigen. Ach, man kann auch landen. Okay, das ist gut zu wissen. Weißt du, sowas hätten sie mal im Tutorial zeigen sollen, wie man landet und was passiert, wenn man dann abgeschossen wird. und das Einzige, was sie zeigen, ist, wie man eine Kurve macht. Ja, super. Das bringt mich ja jetzt weit. Target ist zu far away. Ich habe keine Ahnung, was sie ständig mit Target meinen und warum ich schon wieder nicht mehr schießen kann. Muss man hier nachladen, oder was? Wow! Ja, gucke ich mal, ob ich jetzt hier landen kann. Plane burned up. Sie wurden abgeschossen. Es wäre mir nicht reingeflogen, nicht abgeschossen. Ach, ein Flugzeug habe ich noch. Ich wollte unbedingt mal landen, aber nie. Oh, ei. Wir sind schon wieder, oder immer noch, ziemlich weit hinten. Könnte eigentlich mal gucken, ob man da vielleicht außen rumfliegen kann und uns hier von hinten dann irgendwie abschießen. Ich glaube, es hat wenig Sinn, da jetzt so einen riesen Umweg zu fliegen. Schließlich verlieren wir auch bald schon. Das Tutorial bereitet echt überhaupt nicht aufs Spiel vor. Ich meine, das, was man, wie man lenkt und sowas, das kann man sich eigentlich denken. Das ist hier auch sinnfrei eigentlich, aber, naja, was soll's. Na komm, stirb einfach da vorne. Wow! Neee. Sie wurden schon wieder abgeschossen. Fuck, wieso sterbe ich hier so oft? Ich ballere mein ganzes Magazin auf die leer. Keine Crews zur Auswahl. Ja, komm. Geh doch sterben. Mission beenden. Ja, ich verliere sowieso. Vielleicht kann man ja in einer neuen Mission dann wieder mit den Flugzeugen starten. Zerstörte Flugzeuge. Ja, immerhin habe ich einen zerstört. Das ist auch schon mal was. Ich habe eine Belohnung bekommen. Ein Tags Buffalo. Okay. Direkt mal bei Facebook posten, dass ich jetzt so ein Tags Buffalo gewonnen habe. War Thunder. Log in to Facebook from the social tap-in game options and press like to receive a reward. Ja, ähm, nö. Eigentlich nicht. Nee, danke. Crew rekrutieren. Ja, möchte ich bitte hier diesen Tags. Zur Bedienung dieses Flugzeugs muss ihre Crew das Umstellungstraining absolvieren. Das Wiederholungstraining für diesen Flugzeugtyp kostet sie Blasen sicher. Verliert dabei keine Bedienfähigkeiten für Flugzeuge, auf die bereits dringend ist. Okay. Dann mach das doch bitte. Auf in die Schlacht. Versuchen wir es nochmal. Wartezeit. Drei Sekunden, vier Sekunden. Sollte Wartezeit nicht eigentlich runtergehen beim Warten und nicht hoch? Achso, das zählt, wie lange ich in der Warteschleife bin. Ha! Tipp. Ha, 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 ha. 28.854 Spiele sind gerade online in 931 Schlachten. Wenn über 200 Spiele in der Warteschleife sind, warum macht man nicht einfach ein neues Spiel auf? Geht doch. Warum nicht gleich so? Hab ich eine Mail bekommen? Neue Errungenschaft. Veteran. Also Players, Belohnung, bla. Okay. Niederlage. No. Will keiner sehen. Will keiner sehen. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich jetzt auch mal die Boden- und Wasserschlachten so ein bisschen mitzeigen kann. Aber es hat sich dann wohl erledigt. Wenn man das erst freischalten muss, dann kann man das ja wohl schlecht direkt beim ersten Anzug machen. F1 für die Hilfe zur Schöpfung. F1 für die Hilfe zur Schöpfung. Lock on the enemy plane to see a leading marker. Achso. Fortsetzen. Ah! Shoot at the leading marker. Ja, ich bin noch dabei. Was willst du mit überlastet hier? Ich bin hier total entlastet. Na komm, es trifft da drauf. So. So geht das. Ich glaub, du bist der Einzige, der in Speed runtergehen kann. Ah. Ah. Versuch mich doch zu regeln. Wah, Baum. Oh, scheiße. Ich muss hier weg. Wah, Bonsai. Irgendwie fliegt das Ding nicht so unbedingt gerade. Ich frag mich, woran das liegt. Wah, woran das liegt. Bestimmt nicht daran, dass ich in den Baum reingeflogen bin. Wah. Wah. So, wieder hoch hier. Hoppa. Treffer. Plus 3 XP und 4 Geld. 6 XP und 4 Geld. So rum. Wow. Aber das mit dem Rollen ist mit dem Ding nicht so leicht. Um es mal höflich auszudrücken. Vor allem, wenn hier alles kaputt ist. Uh. Na komm, mal eine Kurve. Wah. 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 Ja, ja. Schießt ruhig. Hier trefft mich eh nicht. Ach, da diese Seitenruder da rechts ist total hin. Deswegen funktioniert hier nichts. Oh. Oh. Wah. Shoot at the leading mark. Ja, was meinst du, was ich die ganze Zeit versucht, du Vogel? Na komm, mach eine Kurve, Mädchen. Wah. Kannst du das Magazin, nur einen einzigen Treffer gelassen? Es geht auf jeden Fall besser. Na komm. Bäm. Da hab ich ihn noch erwischt, oh. Oh, nein, er zerstört. Booyah. Oh. Sie wurden abgeschossen. Was heißt abgeschossen? Ich bin in den reingecrasht. Boom. Na, jetzt krieg ich vielleicht wenigstens ein Flugzeug, womit ich auch fliegen kann. Oh, wir haben nur noch drei. Du Scheiße. Ich kann auch nicht groß sagen, dass ich großartig dazu beigetragen hätte, dass wir gewinnen, aber, ähm, das ist hart. Sind, wie viele sind wir dagegen? Wie viele? Eigentlich hat es ziemlich Gleichstand, so. Ja, mal gewinnt man und mal nicht, ne? Man könnte auch sagen, mal verliert man, mal gewinnen die anderen, aber... Ben, jetzt hab ich zwei Flugzeuge zerstört und eine Bodenheit, also... Na, so ganz nutzlos war ich dann im Endeffekt auch nicht. Sie haben den Rang 1 bei der Luftwaffe ihres Landes erreicht. Ja, geilo. New aircraft available. First steps in the game. Okay. Mit einem Premium-Konto hätten sie Folgendes bekommen. Ja, dann heulst du halt. Ich zahl doch nicht dafür, dass ich mehr EP bekomme. Ja, das soll eigentlich auch schon erstmal reichen. Denn das Heer kann ich ja noch nicht zeigen, ebenso wie die Flotte. Leider, leider, leider. Aber es ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ich werde jetzt noch eine Runde weiterzocken. Und werde mir dann den Rest nochmal angucken. Und ich verabschiede mich aber bis dahin schon mal von euch. Bis dann. Bye, bye. 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 Vielen Dank.